Oh, hier ist noch Sand. Und schmeckt geil, das habe ich vor kurzem mal probiert bei irgendeinem Mongolen. Oh, hier ist eine Muschel. Hai habe ich noch nicht, Krokodil habe ich halt schon mal. Krokodil habe ich auch, das habe ich noch nicht. Fand ich jetzt relativ unspektakulär, ehrlich gesagt. Aber was mir gut geschmeckt hat, war... Regenbogenfisch. Oh, Kupfer. So, ich muss jetzt mal gucken, habe ich was zu futtern dabei? Genau, viermal ernten für Fleisch, dann liegen lassen. Stimmt, oder so, dann kriegt man den schäbigen Haikopf ja nicht, den brauche ich eh keiner. Ah, okay. Außer man will sich eine Trophäe ans Boot nageln. Was haben wir denn hier? Und mein Haken ist Schrott. Äh, natürlich habe ich kein Holz und kein Plastik. Fuck. Hier ist auch noch Metall. Hupa. Hier haben wir noch ein bisschen Kupfer. So. Kurz mal futtern. Auf jeden Fall war der Metallspeer... Gold wert. Oh, Kupfer auch. Das ist schön. Scheiße, mein, 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 mein... Inventar ist voll. Fuck. Oh, ich muss mir... Hau ab, du bist Vieh. Mann, das ist die Melonen in Ruhe. Kann hier aber auch nichts Unbewachtes. Ah, muss ich es wieder da. Fuck. Alter. Schämen soll das nicht. Machst du das nochmal, mach ich aus deinen Ohren. Wenn du noch mehr hast. Äh, brr. Hat der mich verjagt, ey. Ich scheiß mir ein, ey. So, Moment, was brauche ich hier? Ich brauche Holz ein bisschen. Und ich brauche Bücher von die Kunststoff. Damit habe ich das. Okay. Sand. Eisen. Was mache ich eigentlich mit der Muschel? Äh. Die Muschel, ich weiß nicht, haben wir die schon erforscht? Da kannst du auch hier ein Mövennest daraus machen. Warte mal, ich gucke mal. Ich weiß nicht, ob wir die schon erforscht haben. Ich gucke. Ja, geil. Voll wieder daneben gesemmelt. Ah. Ist erforscht. So. Zack. Äh, habe ich noch Sand hier drin? Ist ja noch ein Netz drin. Jep. Ja, das konnte ich noch nicht anbauen. Ich mach mal. Also hat, da haben wir gerade auch an der Insel angelegt. Und ich hatte keine Axt und dann führte eins zum anderen. Äh, wo war denn hier Schrott? Da war Schrott. Aber Schrott ist voll. Hm. Es ist da hinten natürlich noch Kupfer und Bruce ist wieder da, ne? Hm. Dann gehe ich doch noch mal ins Wasser. Eisenspeer habe ich. Wobei Kupfer, ja doch, ja doch. Schaden kannst du nicht. Kupfer ist jetzt nicht so. Ach, wir haben ja den großen Grill, ich Idiot. Hallo, Bruce. Number one. In your face. Peng. Voll in die Fresse. In your face, bitch. Komm, 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 komm. So, zweimal gucken in die Fresse. So, so, Lars. Ich kann ja mal gucken jetzt. Wir können ja mal zählen, bis er tot ist. Zwei. Das waren zwei. Also mit Eisenspeer. Wo ist denn die Sau? Ich hoffe nicht bei mir. Zwei. Das war Nummer drei. Dann kann ich ihn nämlich schon mal ein bisschen was abbauen wieder. Hallo. Hallo. Nicht, er ist weg. Vier. Das war zu knapp. Da kommt auch die Ecke geschissen. Ich hatte schon Schiss. Oh shit, ich habe keine Lust mehr. Äh. Äh. Fünf. Ah, kommt zurück. Das war Nummer sechs, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt habe. Das sah komisch aus. Das war Nummer sieben und er hat mich erwischt. Alter, also auf jeden Fall ist hier ordentlich was, was man farben kann. Leck mich in der Tasche. Das war Nummer acht. Okay, ich brauche Luft. Einmal durchatmen, bitte. Neun. Alter. Geht aber schon ein bisschen Eisenspeer in den Rhein. Die Sau kann schlucken. Wie eine alte Hafennutte. Das war Nummer zehn. Das kann ja auch nicht angehen. Komm schnell, ich habe keine Luft mehr. Hier liegt aber auch was rum. Ey, Junge, Junge, Junge. Elf. So. Ne, Steine lassen wir mal. Zwölf. Zwölf. Ah, da ist noch Kupfe. Aber das Gute ist, du kannst jetzt auch in Ruhe, ne? Hm. Jo, jo. 13. So, ich glaube... Ah, da ist er ja. Okay, ich bin jetzt einmal um die Insel rum. Ich glaube, das war's. Ach nee, hier ist noch was. Auf dem Rückweg sieht man doch noch was. Das waren 15. Sag mal, wie viel schluckt der? Ich brauche erstmal Luft. Oh, hier Sand, Schrott, alles da. So, das waren jetzt 16. Viermal habt ihr gesagt? Ne. Genau, viermal für die vier Fleisch. Und das letzte wäre theoretisch der... Drei. ...ding ins Kirchen. Vier. Dann lassen wir ihn mal da hängen. Ich lasse die Sau mal hängen. So, du hast einen großen Grill, hast du gesagt, ne? Jep. Da hinten. Oh, ganz viel fertig. Ein bisschen was müsste auch drauf liegen. Aber den hast du jetzt blöd platziert, glaube ich. Ja, da war gerade nirgendwo anders Platz. Ja, ja, ja. Das sagen sie alle. Oh, drei Haistücken. Planke platzieren. Planke platzieren. So. Oh, oh, noch mehr Metall. Alter, leck mich in den Tisch. Also noch... Ich denke mal, wenn der hier despawnt, wird er neu kommen. Oder? Das will ich nicht ausschließen. Kann man sowas wieder abbauen? Ja, ne? Doch, entfernen. Mit X, J. Ja, gut. Dann können wir ihn ja irgendwann nochmal woanders hinstellen. Und dann mache ich mir da so eine Grill-Ecke mit Essen. Genau. Ich hatte sonst auch gedacht, jetzt erstmal als nächstes noch hier den großen Dingens zu bauen. Wasser. Für was da genau? Und dass man dann die kleinen quasi alle abbaut und dann das große dann erstmal da parkt. Ja. Bis man angebaut hat. Oh, mein Haken ist schon wieder kaputt. Junge, Junge. So. Einmal muss ich nochmal kurz ruhen, ey. Mach mal. Ich gucke mal, ob er noch da ist. Noch hängt er hier. Die Drecksau. Ja. Dann soll er da mal ein bisschen abhängen. Ja. Ist auch nicht mehr viel. Hier vorne war nur noch ein bisschen Schrott und Sand, glaube ich. Aber... Chili-Vanilli ist ja nicht schlecht. Und dann habe ich hier, glaube ich, alle soweit abgefarmt. So. Kann da noch was rauf? Habe ich überhaupt noch was für rauf? Nö, habe ich nicht. Kann noch eine Kartoffel essen. Hier so eine Steine rein. Ups, Alter. So. Und die Gläbel. Steine, Steine brauchen wir nicht. So. Tja, ich glaube... So. Globe Dead Wars. Er hängt hier immer noch. Ah, nee, hier ist noch einer. Hier ist noch einmal Ton. So. Trockenziegel. Oh, ich schaue eine Krähe. Also, Möwe, meine ich. Ich auch. Ja. Drecksviecher. So. Wo hattest du denn schon fertige Ziegel? Da, ne? Ja. Das kann gut sagen. So, vier Ziegel haben wir jetzt. Oh, ich habe ja auch noch mal... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ist nur trocken. So, jetzt probiere ich mal eben was. So, neues. Geil. So, irgendwo hatte ich doch auch schon Glas. Da. Ach, das ist so einer. Da braucht ihr noch mal dieser Reiniger. Einmal Glas noch. Da. Und Kunststoff und Holz. Oh, yeah. Dann haben wir den großen Reiniger. Geil. Kerzenständer. Muss ich das hier, glaube ich, mal machen, ne? Ich habe jetzt... So, ich parken erst mal nach. Oh, ich brauche den... Dann hole ich mal das Segel ein, ne? Jo. So, dann muss ich doch direkt mal kurz Berufsanknabbern. Drei, vier und fünf. Okay, ich sehe gerade nicht, dass ich was eingefüllt habe, aber ich hoffe, hat geklappt. Ich sehe auch nichts. Zumindest kann ich nichts nachfüllen. Denn sollte das fertig sein. So, was kann ich denn noch mit der Muschel machen? Gar nichts. Können wir die fressen? Ich hoffe nichts sonst. Guck mal, dann baue ich die hier mal ab. Ne, die kann ich auch nicht auf den Grill packen. Dann bräuchte ich ein bisschen Holz. Wir haben ein Bett. Ja. Bis jetzt hat eins gelangt. Richtig. Für das eine Mal, wo ich gerettet werden musste. Zweimal schon. Zweimal? Fuck. Fühlst du Buch oder was? Ja. Toil. So, dann können wir jetzt mal den großen Wels darauf kloppen, Alter. Geil. Oh yeah. Davon habe ich nämlich schon vier Stück. Wow. Wow. Okay. So. Was braucht man denn für eine große Kiste? Seil, Scharnier haben wir. Irgendwo hier war ein Scharnier. Holz, glaube ich, ne? Ne. Schrott, Scharniere, Seile und Planken. Gut, Planken haben wir, ist klar. Seile, ja. Da haben wir wieder unser Problem. Ja, ich habe gerade, ich habe sechs Fallenblätter. Oh, Moment wohl. Äh. So. Wohl, ne. Die Futterkiste, wäre erst mal da, aber ist auch ein bisschen Kacke eigentlich, ne? Wenn wir da wieder wegbauen wollen. Ja. Wow, ist das Licht, das ist ja grandios. Oh, Fässer ist. Kommt ran hier. Nö, komm ran. So, ist das schon gut. Oh. Fuck. Die Mentat ist voll. Äh. Äh. Ach, jetzt. Das ist doch eine Scheiße. Äh. Hm. So, Essenskiste. Da. Dann packen wir da. Da ist so viel drin. So, was sagt denn der Wels? Ein habe ich. Dann legen wir den Rest auch noch drauf. Dann packe ich hier erst mal alles rein, was irgendwie mit dem Grill zu tun haben könnte. Geil. Äh, Kokosnuss, Mangosam. Ups. Ne, Quatsch. So. Äh. Oh, Mangosam. Na, kann da rein? Ach, siehst du. Mal gucken, kann ich die anpflanzen? Oh, geil. Du hast mir eine Kiste gemacht mit. Okay, wir können erst mal machen. Wo alles irgendwie erst mal da hinkern. Ja. Mach mal unten das rein, was ich braten kann. Und oben machen wir das Fertige. Erst mal. Aha. Planke platzieren. Planke platzieren. So. Gloss. Schrott. Was sagst du zu mir? Was? Du weißt von nichts. Okay, ist noch nicht genug. So, Steine. Moment, Nägel. Nägel. Die anderen Dinger hast du... Ach, guck mal hier. Jip. Oh, altergeil. Ich hab jetzt dreimal davon getrunken. Ja, insgesamt kannst du da fünfmal. Und musst halt mit den Dingern auch fünfmal nachfüllen. Hier mit den Tassen. Ja. Außer man macht sich die Flasche, oder? Genau. Die Flasche kann auch... Also fünf Schluck quasi. Hm. Oh, trocken Ziegel. Oh, wir könnten eine Laterne machen. Mit Schrott und Planke. Ja. Gucken, was die kann. Wie groß ist sie denn, ist die Frage. Oh, sie ist gar nicht klein. So, zweite Schmelze. Alter. Wir haben Licht. Sophie. Wir haben Licht. Geil. Uns ist ein Licht aufgegangen. Muah. Der ist gut viel Wasser. Richtig guten Stuff habt ihr aber scheinbar noch nichts. Sehe ich. Nee. Im Endeffekt haben wir ja... Ist das der zweite Stream? Das dauert doch ein bisschen. Ja. 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 Wir sind aber am... Wir sind dabei. So. Ach stimmt. Du wolltest noch den anderen Anker machen. Na, hä? Ja, der kommt dann auch noch. Die Frage ist, wo sollen der hin? Da brauchen wir ja... Ah. Da oben wahrscheinlich. Flasche Kunststoff und Glibber. Haben wir Glibber noch? Äh, noch nicht fertig, glaube ich. Einmal. Also ich brauche... Kletterpflanzen-Glibber. Okay. Wo kriegt man den her? Äh, Seetangen in der Schmelze. Ach so. Irgendwo da was, Seetang. Magst du denn mal ein bisschen was reinknüppeln? Dann kann ich uns nach und nach zwei Flaschen machen. Sobald der Sand durch ist. Dann sind wir nämlich vier Flaschen auf dem Boot. Dann ist der Moor... Ha, ha, ha. Dann ist der Sand nämlich komplett weg. So. Was haben wir denn hier noch für ein Zeug? Oh, ein Vorhang. Vorhang. Irre. Ich gehe kaputt, Alter. Ich auch. Das ist so geil. Es ist so geil. So. Hier lassen wir mal ein bisschen mehr frei. Weil ich will da noch durchkommen. Warte mal, dann bauen wir hier weiter. Hier wollte ich auch auflassen. Ja. Oh, der Wels ist fertig. Hier nochmal kaputt. Ja, warte. Ich kümmere mich gleich rum. Ah, hast du schon runtergenommen? Okay. Dann fange ich gleich den nächsten drauf. So. Äh, ich hatte auch irgendwo Kartoffeln. Hallo, Möbel. Ah, fuck. Ich habe sie wieder nicht getroffen. Ah, hier waren noch Kartoffeln. Da habe ich die gesehen. So, der Seetank schmilzt so langsam. Eins, zwei, eins, drei, vier, vier. Oh, mir juckt die Rübe. Äh. Ach. Ja, ich würde ja mal sagen. Kratzen, ne? Ist der hier irgendwo im Gange? Yo. Den sieht man jetzt nicht mehr, ne? Drecksvieh. Nein. Ich habe gar kein Holz mehr. Ich auch nicht. Nur was in den... Muss ich mir erstmal was räubern. Oh, Alter. Flupp. So. Hast du schon? Jo. Gracias. Äh, so. Wo hatten wir den? Den Glibber. In irgendeiner Kiste war das schon. Ah, hier. Ich weiß auch gar nicht, wie viel brauche ich. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf auch nicht. Insgesamt acht. Dann kann ich jedem eine Flasche machen. Okay, das braucht noch ein bisschen. Wobei wir... Also Flaschen brauchen wir eben mehr als genug, damit wir auch unsere Taucherausrüstung machen können. Für das Luftflasche, für die Luftflasche, so nenne ich es einmal, brauchen wir ja die normalen Flaschen. Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt, aber es ist vollkommen okay. Nur den. Die beiden haben noch keine Ahnung, was da noch alles kommt. Ich merke schon. Die bauen gleich wieder alles um. Warum? Das sowieso. Naja, umbauen tun wir sowieso. Aber das ist das Schönste an dem Spiel. Wenn man noch nicht weiß, was kommt. Also wie gesagt, jetzt haben wir ja endlich hier die Beine schmelzen, damit wir den Glibber kriegen und das Metall und so weiter und so fort. Das geht ja schon. Das brauchen wir ja sowieso, damit wir die Radarstationen bauen oder das Radar bauen können. Da ist nochmal eine kleine Insel. Oh. Ich glaube, das ist schon vorbei. Verdammt. Und dann kriegen wir ja quasi als erstes Ziel erstmal diese... Na, ist ja keine Öl-Plattform, aber so ungefähr sieht es aus. So eine Plattform. Ich glaube, auf der war ich auch noch. Ich glaube, in meiner ersten Staffel sind 23 Folgen zusammengekommen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich viel vom Spiel gesehen habe. Naja, also viel mehr gab es ja zu Anfang auch nicht. Das war, glaube ich, das Chapter 1. Diese Plattform. Und auf der Plattform gab es damals noch gar keine Koordinaten für das nächste Ziel. Weil wir so viel mehr Platz brauchen. Okay. Noch mehr? Noch mehr? Noch mehr? Na gut, wir bauen ja noch nach oben. Also ich wollte sagen, also insgesamt reicht das hier noch lange nicht. Nee. Aber wie gesagt, wir wollen ja auch noch nach oben bauen. So, wie war es? Nee. Ah, okay. Planke, Planke, Holzboden. Boah, nimm mal Holzboden, oder? Gibt's noch was Besseres? Erwütenboden. Bisschen Plaste habe ich die nicht, okay. Ach, hier kann ich nicht ran bauen. Okay, gut, ich brauche mehr Holz. Joa. Ich habe hier noch eine Rübe. Gut, den lassen wir uns erst mal treiben, ne? Nein! Doch. Ihr wisst ja, bauen kann ich, ne? Also wer Sephoris guckt, Etwas übertrieben, was ich da gebaut habe, aber macht Bock. Das muss ich eigentlich nicht einholen, ne? Ich kann hier einfach nur stehen und sammeln. Jo. Dann mache ich den Haken nicht kaputt. Da hat ein Wal geblasen. Ist er denn ein guter Bläser? Sah so aus. Was haben wir denn hier alle noch? Oh, Moment. Jede Menge Eisen, Kupfer, Nägel. Die Scheiße kommt jetzt erst mal hier ab ins Meer. Flupp. Mann. Oh, Moment. Oh, Moment. Untertitelung des ZDF, 2020